Ja, hallo, Wolfgang hier, willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht hast du das vorhergehende Video auf diesem Kanal gesehen, da habe ich dieses neue Canvas-Feature von ChatGPT gezeigt, in Verbindung mit Texten, was ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass auch das Programmieren damit jetzt sehr viel einfacher geht. Das schauen wir uns jetzt mal nach dem Intro an. Ja, dieses neue Canvas-Feature ist jetzt der aktuelle heiße Scheiß. Ja, das ist wirklich sehr cool. Man kann da sehr viel interaktiver mit ChatGPT arbeiten. Wenn du nicht weißt, was es ist, dann schau dir gern das Video auf meinem Kanal an, was vor diesem Video rausgekommen ist. Da zeige ich nämlich das Feature ein bisschen detaillierter. Was ich eben zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass wir jetzt eben auch Programmieren damit ein bisschen einfacher können. Ich lasse mir zum Beispiel ganz gerne mal JavaScript-Schnipsel mit ChatGPT erstellen, weil ich jetzt nicht so der JavaScript-Experte bin. Wie so oft ist es natürlich so, man sollte schon ungefähr wissen, was man machen will und was man da tut, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Aber um sich mal schnell eine Idee zu holen oder mal Code vielleicht sogar überarbeiten zu lassen, Stichwort weg von jQuery hin zu Vanilla.js, da ist das eigentlich ziemlich cool. Und das gucken wir uns jetzt mal direkt an, wie das aussehen könnte. Wir gehen mal auf meinen Bildschirm. Ich habe jetzt hier ChatGPT schon geöffnet. Und du kannst das Feature momentan auswählen, wenn du hier links oben auf die Models klickst und dann hier GPT 4.0 with Canvas auswählst. Das steht momentan plus Benutzern zur Verfügung. Ich glaube auch Enterprise soll dann irgendwann aber auch für alle zur Verfügung stehen. Und ich habe mir da mal ein simples Beispiel jetzt ausgedacht. Der Prompt sieht so aus. Anforderungen bei einem Klick auf ein Lupensymbol auf der Webseite soll sich mit einem klassischen animierten Lightbox-Effekt ein Fenster öffnen, in dem ein Suchformular zu sehen ist. Von hier soll die Suche auf der Webseite gestartet werden. Das Fenster soll mittig im Viewport platziert werden. Die Reste der Webseite sollen abgedunkelt werden. Schreibe mir bitte den erforderlichen HTML, CSS und gegebenenfalls JavaScript-Code. Warum gegebenenfalls? Ja, viele Sachen muss man heutzutage nicht mehr mit JavaScript machen, gerade Animationen oder so. Das geht auch sehr einfach mit CSS. Und jetzt gucken wir mal, was ChatGPT daraus macht. Wir sehen, er startet jetzt schon diese neue Canvas-Funktion hier und schreibt mir jetzt den Code. Links sehen wir jetzt auch ein einfaches Beispiel, wie du die gewünschte Funktionalität umsetzt. Hier habe ich dir den HTML, CSS und JavaScript-Code erstellt und so weiter. Okay. Gucken wir uns das erstmal ein bisschen an. Wir haben ja also ein komplettes HTML-Dokument. Das ist schon mal ganz okay. Hier die klassischen Lightbox-Geschichten. Wir sehen, er nutzt hier CSS-Animationen. Das ist sehr gut, auch mit Keyframes hier. Okay. Da haben wir die Lightbox. Hier haben wir ein bisschen JavaScript. Okay. Ja. Wir können das jetzt leider nicht direkt hier testen, aber wir können mal gucken. Ich kopiere mir das einfach mal. Und es gibt diverse Tools, wo man das jetzt auch online direkt testen kann. Zum Beispiel CodePen nutze ich ganz gerne. Es gibt auch noch viele andere. Und hier kann ich jetzt einfach mal das einfügen. Das sollte auch direkt eigentlich funktionieren hier, ohne dass ich das jetzt aufteile hier in CSS und JavaScript. Wir sehen hier das Lupen-Symbol. Guck mal. Ja, das sieht gut aus. Suchbegriff eingeben. Suche starten. Okay. Klicke außerhalb. Dann wird die Lightbox wieder geschlossen. Sehr gut. Gut. Suche starten brauche ich jetzt natürlich nicht. Ich drücke mal die Escape-Taste. Okay. Das funktioniert nicht. Das wird nicht geschlossen. Okay. Wir können also sicher noch ein bisschen an der Barrierefreiheit arbeiten. Da können wir jetzt zum Beispiel mal das hier versuchen. Der Code sollte so barrierefrei wie möglich sein. Und wir sehen jetzt, überarbeitet er hier direkt in diesem Dokument den Code. Wir sehen, er fügt ja jetzt ARIA-Labels hinzu. Das ist sehr gut. Okay. Aber mit der Tastatur schließen scheint noch nicht zu funktionieren. Ich kopiere mir das jetzt einfach nochmal. Und füge das nochmal hier ein. Kurz warten. Jetzt hat er hier noch einen Text hinzugefügt. Aber mit der Tastatur kann ich es immer noch nicht steuern. Auch hier mit Tabulator-Taste. Können wir jetzt natürlich ergänzen. Bedienung per Tastatur funktioniert noch nicht. Aber alles in allem finde ich das Ergebnis im ersten Anlauf schon ziemlich gut. Also ich kann mich erinnern, dass das früher, beziehungsweise auch andere Tools wie zum Beispiel Cloud AI, die machen das nicht ganz so gut. Im ersten Anlauf. Habe ich schon öfter erlebt. Jetzt gucken wir mal. Er hat jetzt hier das ganze JavaScript ein bisschen erweitert. Er hat den Code angepasst, sodass die Bedienung per Tastatur möglich ist. Du kannst das Lupen-Symbol nun mit der Tab-Taste fokussieren und mit Enter oder Leertast aktivieren, wenn die Lightbox mit der Escape-Taste geschlossen werden. Okay, das hört sich gut an. Wir testen es einfach nochmal kurz und dann schauen wir uns mal die weiteren Funktionen an, die Chat-Shepitin neu dabei hat. Aha, ich kann es fokussieren. Ich drücke mal die Enter-Taste. Lightbox startet. Wir sind auch sofort fokussiert hier im Input-Feld. Sehr gut. Das hat er jetzt automatisch schon gemacht. Ich kann direkt lostippen. Drücke die Escape-Taste und es wird geschlossen. Perfekt. Maus-Steuerung funktioniert genauso. Was mir sehr gut gefällt, er hat das jetzt sofort so gemacht, dass ich hier den Fokus im Input-Feld habe, dass ich also direkt lostippen kann. Das ist ziemlich gut. Gucken wir mal. Jetzt kann ich mal schauen, wo er das macht. Open Lightbox. Close. Ja, hier hat er jetzt noch eine JavaScript-Funktion, um die Suche zu starten. Das braucht man natürlich nicht. In Echt würde er natürlich dann eine Suchfunktion von Typo3 zum Beispiel hintendran hängen. Aber so weit, so gut. Gut, was können wir jetzt hier noch machen? Ähnlich wie bei Texten können wir jetzt natürlich hier Code markieren und überarbeiten lassen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier das einfach markieren und dann eine Frage stellen und dann hier zum Beispiel sagen, als simples Beispiel, nutze Bootstrap-Klassen. und HTML-Struktur zum Beispiel. Das Deutsche ist jetzt ein bisschen seltsam, aber mal gucken, ob er es versteht. Sollte er theoretisch das HTML hier ein bisschen überarbeiten. Edgebox-Container, Form-Group, ja, Form-Control, das sind so die klassischen Dinger. Und hier Button, Button-Primary und so weiter, jawohl. Das sieht soweit ganz gut aus. Und da muss man jetzt natürlich gucken, er bindet jetzt hier jQuery ein, warum auch immer. Brauche ich eigentlich nicht zwingend. Und Bootstrap. Natürlich wollen wir das nicht von dem CDN einbinden, aber das hat er jetzt schon so gemacht. Das können wir auch direkt mal testen. Das ist ja nur ein Beispiel. Ich würde das im Live-System wahrscheinlich nicht so machen, aber ja. Wir gucken mal. Ja, sieht ähnlich aus wie vorhin. Auch Tastatur funktioniert nach wie vor. Also soweit so gut. Gut, was gibt es noch? Wenn wir hier unten rechts mal schauen, haben wir hier einen Button. Und das ist auch ziemlich cool. Wir können hier den Code überprüfen. Das ist natürlich dann sinnvoll, wenn wir zum Beispiel Code von anderen Quellen hier reinkopieren. In eine Sprache portieren. Fehler korrigieren. Protokolle hinzufügen. Und Kommentare hinzufügen. Gut, er hat jetzt schon sehr viele Kommentare drin. Aber wir können mal gucken, was passiert, wenn ich hier Code überprüfen anklicke. Und das Ganze ist natürlich so, das funktioniert, wenn ich nichts markiere im gesamten Dokument. Beziehungsweise wird auf das gesamte Dokument angewendet. Und ansonsten kann ich halt Abschnitte markieren hier. Aber ich sage jetzt mal Code überprüfen. Okay, was passiert da? Wird kommentiert. Was geht da hier durch? Ah, er macht jetzt hier Kommentare dazu. Hier drüben. Okay. Ich habe einige Verbesserungsvorschläge zur Erhöhung der Codequalität und Benutzerfreundlichkeit hinterlassen. Okay. Fangen wir mal oben an. Consider using a more recent version of Bootstrap. Ja. 4, 5 ist, glaube ich, wirklich nicht die aktuelle Version. Das stimmt. Ich glaube, 5 irgendwas müsste aktuell sein. Inline-Styles should be moved to an External-Style-Sheet. Richtig. Sonst hat man unter Umständen Probleme mit Content-Security-Policies. Ich weiß auch gar nicht, warum er das jetzt hier als Inline-Style gemacht hat, ehrlich gesagt. Und so weiter. Also er überprüft seinen eigenen Code und gibt hier noch ein paar Optimierungsvorschläge. Und die können wir dann zum Beispiel hier direkt übernehmen. Ich sagte hier, consider adding a close button inside the Lightbox. Haben wir das bisher noch nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Haben wir tatsächlich nicht. Okay. Dann machen wir das doch mal. Übernehmen. So, was macht er jetzt? Er überarbeitet nochmal alles hier. Und wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Ich habe einen Schließen-Button in der Lightbox hinzugefügt. Das müsste dann hier oben auch irgendwo zu sehen sein. Im Code hier Button Close. Gut. Wir testen das einfach mal. Füge nochmal alles ein. Dauert immer ein, zwei Sekunden. Ja, jetzt haben wir hier einen Close-Button. Den kann ich auch anklicken. Passt. Aber auch Tastatur funktioniert. Außerhalb-Klicken funktioniert auch. Ja, und so weiter. Was können wir noch machen? Wir können in eine Sprache portieren. Was haben wir denn hier? PHP, C++, Python, JavaScript, TypeScript, Java. Okay, macht jetzt hier vielleicht wenig Sinn. Ja, vielleicht TypeScript noch. JavaScript haben wir ja schon. Alles andere macht jetzt hier wenig Sinn. Was können wir noch machen? Fehler korrigieren. Mal gucken, was er da macht. Wir haben ja keine offensichtlichen Fehler jetzt momentan drin. Wahrscheinlich wird er da jetzt auch nicht allzu viel finden. Ich habe den Code überprüft und kleinere Anpassungen vorgenommen. Okay. Das Problem mit der leeren Suchanfrage wurde behoben, indem der Suchbegriff vor der Verarbeitung getrimmt wird. Okay. Das ist jetzt gar nicht gut. Wahrscheinlich geht er davon aus, dass wir hier irgendwie die Suche dann noch über ein JavaScript starten, was wir natürlich nicht machen. So, was können wir noch machen? Protokolle hinzufügen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was das ist. Gucken wir mal. Ah. Console-Log-Ausgabe. Sehr schön. Okay. Um das Ganze einfach ein bisschen zu überprüfen. Ich habe Debug-Ausgaben in das Skript eingefügt. Jawohl. Das ist auch ganz cool. Gerade wenn man jetzt eben was Neues entwickelt. Und Kommentare hinzufügen. Haben wir jetzt natürlich... Obwohl. Hat er jetzt rausgenommen, sehe ich gerade. Zumindest teilweise. Dann fügen wir doch mal Kommentare hinzu. CSS hat er jetzt auf jeden Fall. Hier. Jawohl. Sind jetzt sehr viele Kommentare, aber cool. Ja, prinzipiell funktioniert das Ganze. Würde ich den Code eins zu eins so jetzt übernehmen? Wahrscheinlich nicht. Man müsste schon noch ein paar Sachen anpassen. Ganz klar. Aber gerade wenn man vielleicht nicht so super fit ist und ich bin nicht super fit in JavaScript, dann finde ich sowas eine gute Starthilfe auf jeden Fall. Und darauf kann man aufbauen. Das kann man dann optimieren. Man kann sich den Code natürlich auch erklären lassen. Ich kann mir auch dann Abschnitte markieren und sage, erklär mir mal, was hier passiert und warum. Und so lernt man natürlich auch was dazu. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ist jetzt nicht ganz so gut wie bei, ich glaube, war das bei Cloud, wo man direkt den Code dann auch testen konnte. Oder war das ein anderes Tool? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es gibt genügend externe Tools, um solche Codes auch mal zu testen. Und zur Not kann man das selber mal kurz in der HTML-Datei reinkopieren und lokal öffnen. Dann kann man das genauso gut testen. Von daher finde ich das ein cooles Feature. Und auch dieses interaktive dran arbeiten und so, das ist halt wirklich viel besser wie vorher. Wenn ich vorher eine Änderung wollte, dann hat er mir immer den ganzen Code neu geändert. Ich musste dann gucken, was hat er jetzt eigentlich verändert? Muss ich das Ganze kopieren oder muss ich mir nur fünf Zeilen rauskopieren? So sehe ich halt immer das Komplettergebnis und kann direkt eben das testen. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Hast du das Feature schon in deinem Account freigeschaltet? Hast du das schon genutzt? Wie hast du es genutzt? Was hältst du davon? Lass mich das gern wissen in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch wäre cool. Abonnieren wäre noch cooler. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem der nächsten Videos. Mach's gut. Bis dann.